So, Samstag, 2.12. 2017 und wir haben 12.10 Uhr, Bayern Plus läuft und die Schlager der Woche heißt es früher auf Bayern 3. Aber auch so ein Schlagerwettbewerb vom Freitagabend wird am Samstagmittag wiederholt. So, da ist jetzt mein Gripple, so schaut es mittlerweile jetzt ein bisschen näher raus, aber da machen wir dann noch ein bisschen eine schöne Aufnahme, Bayern Plus, mein Computer und mein Gripple. So, also ich muss jetzt dann zum Baden gehen und muss dann noch ein bisschen aufräumen, zusammenräumen, meine E-Mails beantworte und noch verschiedene andere Sachen. Die Balkontiere ist auf und die Heizung auf vier, seit jetzt mehr oder weniger vier Wochen, aber in den letzten vier Wochen, ich habe es immer schön warm gehabt. 22, 23, knapp 24 Grad, das war vorher in 12, 13 Jahren nicht ein einziges Mal, es sei denn, man hat da das Ding runtergetreten oder da hinten das Wasser rausgelassen, aber dann nur für eine relativ kurze Zeit. So, also ich habe noch ein bisschen was zu tun, waschen, Geschirr waschen, baden, aufräumen und so weiter und so fort. Und nächste Woche, ich muss dann noch mal Karzen kaufen und Sand kaufen und lauter so sagen, also mein Gripple ist ein Scheebeer und ein Adventskranz will ich auch noch. So, so, bis später zum Teil vier und das wird dann wieder geschnitten und das Viewtube gestellt. Okay, jetzt muss ich vielleicht mal schauen, ich will es auch mal auf Englisch machen, aber wie gesagt, jetzt muss ich zuerst einmal das da machen und dann kommt das andere alles erst dran. So, okay, bis später.